Ein Chorepetitor spielt am Klavle statt des Orchesters, wenn Sänger, Chöre, Instrumentalisten, Tänzer oder Schauspieler ein Stück neu lernen oder wiederholen ihre Rollen einstudieren oder Szenen geprobt werden, und gibt darüber hinaus in Einzelproben korrigierende musikalische Hinweise, der die Probenpläne koordinierende und für die Einstudierung der Sänger und die Einteilung der übrigen Chorepetitoren verantwortliche Chorepetitor. Eines Theaters heißt Studienleiter. Voraussetzungen. Ein professioneller Chorepetitor sollte minus wie ein Dirigent minus in der Lage sein, auch umfangreiche Orchesterpartituren inklusive historischer Notenschlüssel und transponierender Instrumente zu lesen und gleichzeitig spieltechnisch umzusetzen. Das Partiturspiel ist jedoch in der heutigen Theaterpraxis nur bedingt erforderlich, weil für die zu probenden Stücke in der Regel Klavierauszüge vorliegen. In Ausnahmefällen allerdings muss der Chorepetitor auch transponieren können. Die klangliche Darstellung der jeweiligen Orchesterpartie im Klavierauszug geschieht unter einer zwangsläufigen Reduzierung des Notentextes, die allerdings flexibel der jeweiligen Probensituation entsprechend gehandhabt werden muss. Daher sind Grundkenntnisse in den Bereichen Musiktheorie, Komposition und Improvisation sehr hilfreich. Während im professionellen Bereich das Klangergebnis möglichst authentisch sein soll, ist die Art der Selektierung bzw. Reduzierung im Laienbereich ein wichtiges methodisches Probenwerkzeug. Oft übernimmt der Chorepetitor auch Teilaufgaben des Dirigenten oder Chorleiters, indem er z.B. bei einer szenischen Opernprobe die Sänger und seinen Kollegen am Klavier dirigentisch koordiniert bzw. selbst vom Klavier aus Einsätze auf die Bühne gibt. Außerdem sind die Fähigkeit zur stimmlichen Markierung der Gesangspartien und damit Kenntnisse über die Aussprache der italienischen und französischen Sprache notwendig einerseits, um etwa auf einer Probe fehlende Sängerkollegen musikalisch zu ersetzen und Stichworte zu singen, andererseits, um einem Sänger bei der Einstudierung seiner eigenen Party problematische Stellen vorzusingen und somit musikalisch bzw. aussprachemäßig unmittelbar nahezubringen. Ausbildung Zugangsvoraussetzung für den Beruf des Chorepetitors ist in der Regel ein abgeschlossenes Studium in Dirigieren oder Chorleitung, das eine umfassende Ausbildung im Fach Partiturspiel einschließt. Einige Musikhochschulen bieten auch einen speziellen Studiengang Chorepetition an. Als Nebenfachpartiturspiel ist Chorepetition außerdem bei hauptberuflichen Kirchenmusikern und Schulmusikern im Studium enthalten. Eine rein pianistische Ausbildung ist in der Regel nicht ausreichend, da die für den Beruf erforderliche Flexibilität und das Improvisationsvermögen dort meist nicht vermittelt werden. Ausnahmen bilden hierbei allerdings die Anstellung an einer Musikhochschule und natürlich speziell begabte Pianisten, die diese Eigenschaften von vornherein mitbringen. Anstellungsmöglichkeiten Ein Chorepetitor ist zumeist an einem Theater oder einer musikalischen Ausbildungsstätte, ZB, einer Musikhochschule angestellt. Oftmals wird eine Stelle als Chorepetitor an einem Theater auch als Vorstufe oder sogar als Voraussetzung für eine Laufbahn als Kapellmeister und Dirigent betrachtet. Daher werden an vielen Theatern die Aufgaben des Chorepetitors und des Kapellmeisters in einer Stelle kombiniert. Ähnlich sieht die praktische Situation der Kirchenmusiker aus. Da wie oben erwähnt mittlerweile alle gängigen Werke im Klavierauszug erhältlich sind, sind im semiprofessionellen Bereich zunehmend ambitionierte Pianisten in einem Ehrenamt oder einer Nebentätigkeit anzutreffen. Grundsätzlich ist es aber auch möglich als Chorepetitor freiberuflich tätig zu werden, was von Pianisten und Laienchören gerne genutzt wird. Bei Anstellungen an einer Musikhochschule zur Betreuung angehender Instrumentalisten ist sogar eine lediglich pianistische Ausbildung oftmals die einzige akademische Voraussetzung.